Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und einige von euch kennen mich ja schon. Wer mich kennt, der hat auch schon dieses Video hier gesehen. Da habe ich den Nicer Dicer Chef vorgestellt. Da hatte ich mir das 18-teilige Set geholt und dann habe ich einfach angefangen und habe so ein paar Rezepte kreiert, beziehungsweise einfach damit zubereitet, weil ich im Internet nichts dazu gefunden habe, also ganz wenig. Immer nur diese professionellen Werbevideos und die kennt ja jeder. Die sind nicht authentisch. Ich wollte einfach probieren, was kann ich damit wirklich machen und das könnt ihr euch in dem einen oder anderen Video angucken. Da habe ich einen Leberkäse durchgejagt, dann habe ich Hähnchenbrust durchgedrückt, sage ich jetzt mal. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du dies hier gerne tun. Und damit du kein Video verpasst, mach einfach die Glocke an. Ich zeige euch hier jetzt nochmal das 18-teilige Set, was ich mir schon gekauft habe. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal das Video zu angucken, da zeige ich es dann etwas genauer. Ich gehe jetzt das nur einmal kurz durch, dass man das nochmal in Erinnerung hat. Da ist natürlich einmal das Schneidgerät mit dem 3300ml Behälter mit Deckel, die Glasschüssel mit Deckel und auch mit einem Gummiuntersatz. Dann hier einmal den Messeeinsatz mit 12x12mm. Hier der mit 24x24. Die grobe Reibe mit Schutz. Einen Julienenschneider. Dann neu in diesem Set war, das kannte ich früher auch noch nicht, das ist ein Tomaten-Gemüseschneider für breite Scheiben. Den habe ich auch schon ausprobiert, könnt ihr euch gerne anschauen. Dann haben wir hier einen Feingobel dabei gehabt. Der sieht dann so aus. Der ist wirklich für ganz feine Scheiben. Und natürlich auch so ein Halter, damit man sich nicht verletzen kann. Das ist jetzt ganz im Schnellen einmal dieses Set. Wer das mal ein bisschen genauer angucken möchte, kann das gerne in einem anderen Video tun. Aber heute wollen wir jetzt ja das Set ergänzen zu dem großen 34-teiligen Set. Zu dem großen Set gehört dann nochmal ein weiterer Auffangbehälter mit 3300ml, genau wie die andere Schüssel. Und zwei kleinere Auffangbehälter mit 700ml. Alle jeweils mit dem Deckel. Ich mache den jetzt mal auf. So kommt das dann bei einem an. Wir haben hier denselben Deckel, der natürlich auch auf die anderen beiden Schüsseln passt. Hier ist dann einmal der große Auffangbehälter mit 3300ml und zwei mit 700ml. Die Schale kennen wir ja schon, aber mich interessieren natürlich jetzt die kleinen und was ich damit machen kann. Die haben auch, habe ich mir schon gedacht, natürlich die Gummilippe, damit nichts auslaufen kann. Das ist doch die perfekte Größe, um sich einfach ein bisschen Gemüse mal mit ins Büro zu nehmen. Deswegen ist das natürlich eine tolle Idee. Ich habe mir das mal angeschaut. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich diese Dose einfach unter den Schneideinsatz setzen. Und dann direkt da reinschneiden. Das probieren wir jetzt mal pro forma aus. Ich nehme jetzt den Schneidaufsatz hier runter. Und hier drauf. Und ihr seht schon, der passt perfekt da rein. Und man kann tatsächlich dann sein Gemüse direkt in die Dose schneiden, einpacken, mitnehmen, fertig. Und die große wird nicht dreckig dabei. Als nächstes packen wir erstmal noch das Messerset aus. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe 12x12 und 24x24 Millimeter. Aber damit kann man natürlich keine Zwiebeln schneiden oder schöne Scheiben von Pülzen oder sonstiges. Deswegen finde ich das hier besonders wichtig. Und ich sehe gerade, hier ist ja auch der Tomatenschneider, den ich euch gerade schon gezeigt habe, auch nochmal dabei. In schmaler. Wenn ich das jetzt hier einreihen müsste, würde ich nach diesen beiden Schneidern erstmal den nehmen. Und zwar ist das ein 12x48 Millimeter Aufsatz. Der hat hier auch diese richtig schönen scharfen Messer. Und das Gute bei diesen Messern ist wirklich, ich habe ja auch noch den Nicer Dicer Fusion, also das kleine Gerät. Und ich habe auch den Smart, den habe ich meiner Tochter schon vererbt. Die Messer bleiben scharf. Den würde ich jetzt quasi hier einreihen. Und dieser Messereinsatz, ich halte es mal gegen das Helle, das sieht man auch nicht. So sieht man es vielleicht. 6x6 Millimeter und 6x30 Millimeter. Hier kann man schöne Würfel und Stifte schneiden. Und hier kann man auch nochmal so halbe Scheibchen schneiden. Ein bisschen schmaler dann als die mit dem Gerät. Auch das würde ich einreihen, aber natürlich der Größe nach. Ihr seht schon alleine an den Messern, man hat jetzt eine viel größere Schneidmöglichkeit. Eine viel größere Variationsmöglichkeit. Und hier ist das schmale Gerät von dem Tomaten- und Gemüseschneider. Ich zeige euch das. Das ist jetzt schmaler als dieser. Der hat hier 6 Millimeter Abstand. Und wenn ihr hier mal schaut, das ist ja doch schon viel größer. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. 8 Millimeter, ich denke 8 bis 9 Millimeter. Und in diesem Messer-Set ist dann auch nochmal so ein Pinsel dabei. Da kann man dann auch mit dem Pinsel die Reste dann so ein bisschen entfernen, ohne dass man sich verletzen kann. Dann bin ich jetzt auch ganz gespannt, was hier drin ist. Was ich vermute, von der Größe her, dass es die anderen Reibeaufsätze sind. Schauen wir mal nach. Wie ich schon vermutet habe, die Reibeaufsätze. Und zwar haben wir hier einmal den ganz feinen Reibeaufsatz. Wenn man Schokolade oder Muskatnuss oder sonst was reiben möchte. Dann haben wir hier noch den größeren Aufsatz. Wenn man mal eben so kleinere Streifen reinreiben möchte. Mit dieser Schutzabdeckung, das ist auch ganz wichtig. In dem Messer-Set, habe ich fast übersehen, ist auch noch dieser schöne Aufsatz. Wir gucken mal rein. Wir haben ja hier zum einen den Spiralschneider. Und das ist jetzt nochmal ein Spiraleinsatz mit glatter Klinge. Das heißt, ihr könnt richtig schöne Streifen damit schneiden. Dann braucht man das hier nur rausdrehen. Den anderen Aufsatz draufdrehen. Fertig. So, lasse ich auch den direkten neuen drauf. Und zu guter Letzt noch der verstellbare Hobel. Ihr habt ja den kleinen vorhin gesehen. Der macht super feine, schöne Zwiebelringe. Habt ihr in dem Melon-Felter-Video gesehen. Aber dieser hier, der ist verstellbar von 1 bis 5 mm. Hat dann diesen Aufsatz dabei, den ich auch für den Nicer Dicer Fusion habe. Das probieren wir jetzt gleich mal aus, ob das alles so funktioniert. Ich mache den erstmal auf. Der Hobel. Oh, ein richtig großer Aufsatz. Der von dem Fusion ist kleiner. Zeige ich euch gleich. Das muss ich jetzt direkt ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich das stehen habe. Jetzt habe ich hier noch die Dose drin. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Jetzt kann man schon mal direkt die beiden Hobel vergleichen. Ich sehe schon, der ist genau verkehrt rum. Warum, werde ich gleich erfahren, denke ich. Die Griffe und die Schneide sind anders. Und der ist auch breiter. Hier sind wieder diese Einkerbungen. Die kommen hier rein. Der Hobel geht runter. Und fertig. Jetzt ist der schon breiter. Das gefällt mir schon sehr gut. Jetzt ist der ja auch höhenverstellbar. Ich mache ihn runter. Kann die Schutzkappe abmachen. Hier seht ihr, das ist die höchste Einstellung mit 5 mm. Und ich kann jetzt, man kann das wirklich so, das geht so stufenweise, kann man das höher stellen. Und da kann man jetzt dann auch den Aufsatz draufsetzen. Das probieren würde ich natürlich von rechts nach links. Ich bin Rechtshänder. Hier hole ich jetzt mal eben den anderen Aufsatz. Das ist der kleine Bruder der Fusion, von dem ich euch gerade erzählt habe. Und da hatte ich diesen Aufsatz und war von dem schon begeistert. Wenn ihr euch das jetzt anschaut, der ist ja nochmal größer. Hier konnte ich Tomaten reinmachen, Zwiebeln und wenn ich das sehe, dann weiß ich, der ist größer. Da passt bestimmt ein kleiner Apfel rein. Und das bedeutet für mich, Apfelfeinkuchen. Eben schnell durchgejagt und ab in den Teich damit. Ja, sorry, ich muss das direkt ausprobieren. Ich habe mir die Schale jetzt eben ausgewaschen, weil den Apfel möchte ich natürlich nicht verschwenden. Kann die dann auch von oben hier einfach reinsetzen. Den Apfel habe ich eben entkernt. Und will das natürlich ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Ich nehme den Deckel ab, setze den Aufsatz drauf, stelle meinen Apfel da rein, setze den Aufsatz wieder so drauf. Der hat ja so eine Feder, das kenne ich von dem anderen schon. Die rasten dann gleich ein. Jetzt ist der Apfel natürlich noch ein bisschen zu groß. Okay, das geht jetzt nicht. Dann halbiere ich den Apfel einmal. Dann probieren wir es halt mit einem halben Apfel. Der kommt da rein. Das rastet ein. Ihr hört es, dann hat das hier die Feder und das wird eigentlich dann automatisch runtergedrückt. Ich drehe es mal nach vorne. Ich habe nach vorne mehr Zugkraft. Ich wollte jetzt hier eigentlich auch noch gar nicht schneiden, aber das Gerät kenne ich jetzt noch nicht und das muss ich dann direkt ausprobieren. Wunderbar. Das ist dann mein Reststück. So, und schon habe ich meinen Apfel geschnitten in dieser Dose. Können wir jetzt dann einfach rausnehmen. Hätte mir jetzt noch eine Birne zuschneiden können, eine Kiwi mit da rein schneiden können, dann könnte ich mir einen Becher jetzt mit Obst machen. Den anderen könnte ich mir einfach machen mit Gemüse. Nehmen das beides mit zur Arbeit, gerade im Büro. Nebenbei zu knabbern ist das immer ganz gut. Ihr merkt schon, ich bin begeistert. Jetzt denkt ihr bestimmt, man braucht eine Riesenmenge Platz dafür. Ich werde das jetzt mal alles ein bisschen stapeln und mal gucken, ob man das effektiv zusammenpacken kann. Das sieht jetzt ja schon mal nicht mehr so wild aus. Hier habe ich jetzt die ganzen Messereinsätze mit den Reiben drin. Hier habe ich jetzt die ganzen Hobelgeschichten drin. So habe ich das, wenn ich jetzt was schneiden und reiben möchte oder wenn ich was hobeln möchte, direkt in einen Behälter. Die Deckel eben mit da drunter. Der kann noch ein bisschen drauf gelagert werden. Tada! Ich freue mich wie immer über Kommentare, Likes, Dislikes. Habt ihr auch so ein Gerät? Benutzt ihr es? Was macht ihr damit? Habt ihr vielleicht sogar ein Video gedreht? Habt ihr das hochgeladen und ich habe es nur noch nicht gefunden? Dann schreibt es mir doch einfach. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Also in diesem Sinne, viele Grüße, eure Sophie. Bis zum nächsten Mal.